Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich dir die Erweiterung BackupDB von Hagen Klemp vor. Mit dieser Erweiterung kannst du über das Backend ganz einfach deine Datenbank sichern. Außerdem hast du die Möglichkeit automatische Backups der Datenbank zu erstellen und du kannst auch Website Templates für das Install Tool erzeugen. Und wie diese Erweiterung funktioniert, zeige ich dir jetzt ganz kurz. Zunächst wird die Erweiterung natürlich wieder über den Contao Manager installiert und anschließend wechseln wir ins Backend und finden unter System einen neuen Menüpunkt und zwar Backup Datenbank. Wenn alles korrekt funktioniert, dann wird die Datenbank automatisch erkannt und du hast jetzt die Möglichkeit bestimmte Einstellungen zu treffen. Dazu gehst du einfach hier auf den Punkt Einstellungen oder manuell unter Systemeinstellungen und findest dann ganz am Ende der Einstellungsseite einen Reiter und zwar lauter dieser BackupDB-Einstellung und du hast jetzt hier die Möglichkeit diverse Einstellungen noch vorzunehmen. Wenn du nichts machst, dann funktioniert quasi der Standard Backup. Ansonsten kannst du eben hier deine Einstellung je nach deinen Bedürfnissen anpassen. Eine sinnvolle Einstellung ist zum Beispiel die Blacklist, das heißt Tabellen, die du nicht unbedingt in deinem Backup haben möchtest, können hier ausgeschlossen werden. Dadurch wird das Backup eben schneller und schlanker und so können wir zum Beispiel hier die TL-Logs ausschließen. Wir können natürlich auch die TL-Search oder auch die TL-Version. Du siehst also, es gibt hier ein paar Tabellen, die werden auch hier vorgeschlagen, die nicht unbedingt Sinn machen zu sichern, da sie von Contao automatisch wieder generiert werden. Wir lassen das jetzt mal so für den Anfang, dass du das Ganze mal gesehen hast. Des Weiteren kann ich hier Datenbank-Tabellen im Website-Template hinzufügen. Nehmen wir an, du hättest jetzt noch ein Metamodels, dann müsstest du hier jetzt zusätzlich eben eintragen, dass du nicht nur die TL-Tabellen haben möchtest, sondern zum Beispiel auch MM-Tabellen und das werde ich hierzu konfigurieren. Genauso könntest du einen alternativen Pfad für die Website-Templates angeben. Das wollen wir aber jetzt nicht konfigurieren. Wenn du den Haken bei Backup mit Restore-Infos komprimieren setzt, dann wird das Ganze in eine ZIP-Datei gepackt und zusätzlich werden die Dateien Composer.json und Composer.log hinzugefügt. Wenn du also nicht nur die Datenbank haben möchtest, sondern auch wichtige Informationen über deine Erweiterung und den aktuellen Stand von Contao, dann macht es durchaus Sinn, hier diesen Haken zu setzen. Die nächsten vier Menüpunkte sind interessant, wenn du das Auto-Backup durchführen möchtest. Dazu kommen wir aber später nochmal kurz. Wir wollen also jetzt einfach mal ein Backup erstellen, das heißt, ich klicke hier auf Speichern und Schließen und wenn wir hier jetzt in unserem Backup-Datenbankmenü sind, dann klicke ich einfach mal hier oben auf diesen Button. Das Backup wird gestartet. Ich bekomme also hier jetzt meine SQL-Datei. Ich speichere diese Datei lokal auf meinem Rechner und schon ist das Ganze erledigt und ich kann mir dieses Backup ansehen. Ich habe jetzt ganz kurz dieses Backup geöffnet. Wie du siehst, erhältst du hier jetzt allgemeine Informationen zu diesem ganzen Backup, wann dieser erstellt wurde, wer hat das Ganze gemacht und hier erhältst du auch Informationen zu zusätzlich installierten Erweiterungen. Du bekommst hier das komplette Datenbank-Backup und ganz hilfreich ist, wenn du ans Ende deiner Sicherung gehst und hier schaust, ob auch ganz sauber End-of-Backup steht, denn dann wurde das Backup auch bis zum Ende durchgeführt. Wenn wir also jetzt Probleme mit der Datenbank hätten, dann können wir das SQL-Datenbank-Backup ganz normal wieder über myPAP-Admin installieren. Jetzt möchte ich noch ganz kurz die Möglichkeit des Auto-Backups zeigen. Das heißt, du kannst das später auch über die Cronjobs manuell konfigurieren. Also bei deinem Hoster solltest du dann diese spezielle URL regelmäßig aufrufen, um eben dieses Backup zu erzeugen. Das heißt, wir gehen hier jetzt auf einen neuen Tab. Ich füge meine Webseite ein und hänge den Zusatz BackupDB Auto-Backup an. Wenn ich diese URL jetzt einmal aufrufe, dann siehst du Starting BackupDB, End of Backup und wenn ich jetzt zurück ins Backend wechsle und ich gehe unter die Dateiverwaltung, dann habe ich hier jetzt unter Auto-BackupDB in meiner Dateiverwaltung eben eine BackupDB mit SQL-Datei. Jetzt ist es natürlich so, dass es sein kann, dass jemand diese URL kennt und hier dann komplett automatisiert irgendwelche Backups macht, die du nicht haben möchtest und deswegen wurde eine kleine Sicherheitsfunktion eingebaut. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal unter Einstellungen. Ich wechsle zurück in diesen Bereich hier unten und ich kann jetzt hier bei individueller Aufrufparameter eine Zeichenfolge hinzufügen. Das kann eine ganz einfache sein oder auch eine etwas kompliziertere. Zum zeigen nehme ich jetzt einfach nur ABC und ich kann zum Beispiel festlegen, dass meine Backups nach drei Mal, nach fünf Mal und nach zehn Mal erst überschrieben werden. Das heißt, im Moment ist der Standardwert von drei konfiguriert. Das heißt, es werden immer drei Backups erzeugt und dann wird das älteste wieder überschrieben. Ich kann natürlich das jetzt auch fünf ändern oder je nachdem, was für mich Sinn macht. Anschließend könnte ich hier noch eine E-Mail an mich senden, wenn das Auto-Backup erledigt ist oder ich könnte sogar dieses Backup per E-Mail an mich senden lassen. Diese zwei Optionen wollen wir nicht, sondern ich will dir noch zeigen, wie eben das jetzt mit diesen Aufrufparametern funktioniert. Das heißt, ich klicke hier auf Speichern. Wir gehen noch mal zurück ins Frontend auf diese URL und wenn ich diese jetzt absende, dann siehst du schon, ich kann das Ganze jetzt nicht mehr absenden, weil ich eben diesen Sicherheitsparameter nicht angegeben habe. Das heißt, ich muss jetzt zusätzlich diesen Parameter ABC angeben und wenn ich jetzt absende, dann siehst du, dann wird das ganze Backup wieder durchgeführt. Natürlich finden wir das Backup jetzt wieder in unserer Dateiverwaltung. Das heißt, ich gehe auf Einstellungen, Dateiverwaltung und wir haben hier jetzt eben ein weiteres Backup abgelegt. Du kannst das Backup natürlich auch hier nochmal herunterladen, entweder bei einem FTP-Programm oder wenn du hier einfach auf diesen Info-Button klickst und dann auf Datei herunterladen. Diese Erweiterung ist sehr beliebt und hilft eben ganz schnell und einfach per Klick ein Backup deiner MySQL-Datenbank zu erstellen.